Vers 54 Vers 54 Erläuterung Die Brahma-Buta-Stufe zu erreichen, d.h. mit dem Absoluten Eins zu werden, ist für den Unpersönlichkeitsanhänger das höchste Ziel. Was aber den Persönlichkeitsanhänger, den reinen Gottgeweihten betrifft, so muss er über diese Stufe hinausgehen und sich im reinen hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Dies bedeutet, dass jemand, der im reinen hingebungsvollen Dienst des höchsten Herrn tätig ist, die Stufe der Befreiung, genannt Brahma-Buta, Eins-Seins mit dem Absoluten bereits erreicht hat. Ohne mit dem Höchsten, dem Absoluten Eins zu sein, kann man ihm nicht dienen. Auf der absoluten Ebene gibt es zwischen demjenigen, dem gedient wird, und demjenigen, der dient, keinen Unterschied. Doch in einem höheren, spirituellen Sinne besteht ein Unterschied. In der materiellen Lebensauffassung, in der man für Sinnenbefriedigung arbeitet, entsteht Leid. Doch in der absoluten Welt, wo man reinen, hingebungsvollen Dienst ausführt, gibt es kein Leid. Für den Gottgeweihten im Krishna-Bewusstsein gibt es nichts, was er zu beklagen oder zu begehren hätte. Weil Gott in sich selbst erfüllt ist, wird auch ein Lebewesen, das im Dienst Gottes, im Krishna-Bewusstsein tätig ist, in sich erfüllt. Es ist wie ein Fluss, der von allem schmutzigen Wasser gereinigt ist. Weil ein reiner Gottgeweihte an nichts anderes als an Krishna denkt, ist er von Natur aus immer von Freude erfüllt. Weder beklagt er materiellen Verlust, noch begehrt er materiellen Gewinn, denn er ist völlig in den Dienst des Herrn vertieft. Er hat kein Verlangen nach materiellem Genuss, denn er weiß, dass jedes Lebewesen ein fragmentarischer, winziger Teil des höchsten Herrn und daher ewig ein Diener ist. Er sieht niemanden in der materiellen Welt als höher oder niedriger an, denn hohe oder niedrige Positionen bestehen nur vorübergehend. Und ein Gottgeweihte hat mit vorübergehenden Erscheinungen, die kommen und gehen, nichts zu tun. Für ihn sind Steine und Gold von gleichem Wert. Das ist die Brahma-Butter-Stufe und diese Stufe erreicht der reine Gottgeweihte sehr leicht. Auf dieser Stufe des Daseins wird die Vorstellung, mit dem höchsten Brahman eins zu werden und die eigene Individualität zu vernichten, höllisch. Die Vorstellung, in das himmlische Königreich zu gehen, erscheint wie ein Trugbild und die Sinne gleichen abgebrochenen Giftzähnen von Schlangen. So wie man Schlangen mit gebrochenen Zähnen nicht zu fürchten braucht, braucht man sich auch nicht vor den Sinnen zu fürchten, wenn sie von selbst beherrscht sind. Für einen Menschen, der unter dem Einfluss der Materie steht, ist die Welt leidvoll. Doch für einen Gottgeweihten ist die ganze Welt so gut wie Vaikuntha der spirituelle Himmel. Für einen Gottgeweihten ist die höchste Persönlichkeit des materiellen Universums nicht bedeutender als eine Ameise. Diese Stufe kann durch die Barmherzigkeit Sri Chaitanyas erreicht werden, der in diesem Zeitalter reinen hingebungsvollen Dienst predigte.